Hochleistungsluftreiniger für Bau, Gewerbe und Industrie. Die tragbare Dustbox 1000. Die leistungsstärkere Dustbox 2000 mit einem Volumenstrom von 1920 m³ pro Stunde. Und die große Dustbox 6000 mit einem Volumenstrom von 5250 m³ in der Stunde empfohlen bis 100 m² Literraumgröße. Die Dustbox Luftreiniger überzeugen mit einer hohen Effizienz bei geringen Ersatzfilterkosten. Günstige Vorfilter und HEPA-Filter der Staubklasse H sorgen für eine sichere Abscheidung von allen Stäuben bei sehr langen Standzeiten. Das System wurde 2016 mit dem deutschen Gefahrstoffschutzpreis ausgezeichnet. Luftreiniger mit der Leistung und der kompakten Größe der Dustbox sind nur durch den Einsatz moderner Technologien und Bauteile möglich. Die Geräte sind robust, energieeffizient, leistungsstark und zuverlässig. Die Herstellung in Deutschland sorgt für konstant hohe Qualität. Daher bieten wir eine freiwillige Herstellergarantie von 36 Monaten. Alle Informationen zur Dustbox finden Sie auf unserer Webseite.